Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute bin ich auf der Suche nach einem mystischen Skigebiet. Und ich glaube, ich habe es gefunden. Schaut mal, da oben. Da gehen wir jetzt hin, wir nehmen die Gondel und fahren da hoch. Kommt mit! Ich stehe hier vor einem riesigen Bergmassiv, bestehend aus zwei Felspyramiden, die man schon vom Tal her sehen kann. Genau, das ist die Mietenregion. Diese beiden Gipfel befinden sich im Herzen der Zentralschweiz, in unserem Nachbarskanton Schweiz. Sie heissen der Grosse und der Kleine Mieten. Wusstet ihr, dass man früher von der Miete gesprochen hat? Also von der weiblichen Form? Der Ursprung des Namens liegt im lateinischen Wort die Meta und bedeutet etwas Aufregendes. Auch wenn man heute von dem Mieten spricht, aufregend ist es hier allemal. Hier in der Mietenregion kann ich mit vier Luftseilbahnen und elf Skiliften auf insgesamt 50 Kilometer Piste Ski- oder Snowboard fahren. Schlitten fahren kann ich am Tag und jeden Freitag und Samstag, auch in der Nacht. Ist das nicht aufregend? Beim Schneeschuhlaufen, Winterwandern oder auf der Langlaufläupe kann man frische Bergluft einatmen, Sonne tanken und das wunderschöne Alpenpanorama geniessen. Hier in der verschneiten Natur kann man den Alltag vergessen und die Seele richtig baumern lassen. So, ich bin gut angezogen, habe meine Ski bereit und ich werde jetzt den Berg hoch und runter sausen. See you later in der Mietenregion in Schwien! See you later in der Mietenregion!